Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei The Forest und wir haben unsere Fallen fertig. Wir haben eigentlich, sind wir schon gut geschützt. Wir können eigentlich beim nächsten Tag mal in dieses Dorf reingehen, was ich euch ja eigentlich in der letzten Folge zeigen wollte, was aber nicht so ganz funktioniert hat. Da geht gerade ein Lurch hoch, den hole ich mir natürlich mal. Ja, Essen und vor allen Dingen auch Haut ist natürlich immer sehr angenehm. Inventar, zack, nehmen und kochen. Kochen? Wir hängen den noch da hin, wie können wir den dann kochen? Wir ziehen uns das natürlich erstmal an. Wir können noch nicht schlafen. Das ist merkwürdig. Gut, dann machen wir jetzt mal folgendes. Wir wollen ja eh noch einen Garten haben. Ich würde sagen, wir bauen jetzt hier mal einen Garten hin. Dazu muss ich natürlich nochmal gucken, wie groß der war. Ah! Ja. Toll. Oh du. Ja, deswegen liebe ich diese Fallen so. Und schon sind wir umgeben von Nacktfuß-Indianern. Wir haben keine Stickys. Irgendwann einer. Den hauen wir doch mal eben kurz hier einfach einen Latz. Hör mal, hör auf damit, du. Wir nehmen den natürlich auseinander, um ein schönes Effigy zu bauen. Das ist natürlich eigentlich alles, was wir haben wollen. So ein schönes Bein, so ein alter, 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 äh, stinker Fuß. So, die können wir erst wieder aufbauen, wenn wir tatsächlich, äh, äh, wenn wir erst wieder ein, äh, Stickys haben. Der Kopf rollt doch jetzt wohl nicht. Gut. So, wir bauen jetzt natürlich hier mal Effigys. Wo können wir denn Effigys? Da. Machen wir hier so ein oder machen wir so ein? Also ich würde sagen, wir bauen ihn mal hier so hin. Das Gute ist, wir haben natürlich so viele Körperteile hier rumfliegen, dass das eigentlich überhaupt kein Problem sein sollte. Das Schlimmste ist eigentlich, dass wir nicht genug Teile haben, um das wieder aufzubauen. Guckt mal hier, was ich mit eurem Kollegen mache hier. Du glaubst gar nicht, ihr glaubt gar nicht, wie gerne ich dem jetzt einfach einen Platz bauen will. Guten Tag. Oh, die können sich wegdrehen mittlerweile. Aber das konnten die, glaub ich, beim letzten Mal schon, ne? Also da, äh, bin ich da noch richtig in Erinnerung. Wenn jemand zuschaut, der früher die Staffeln geguckt hat, äh, der kann mir das bestimmt beantworten. Äh, ich meine, die haben das früher auch schon gemacht. Ich bin mir aber jetzt grade nicht so sicher. Ich bin jetzt mal ganz mutig, ich geh jetzt mal raus und hol Stickies. Also mutig muss man dafür gar nicht sein. In dem Sinne eigentlich, äh, weil die rennen zwar hier rum, äh, schreien auch ziemlich viel rum und so weiter und so fort, aber das juckt mich eigentlich recht wenig. Da bin ich nicht grade sehr beeindruckt von. So, jetzt hab ich wieder keine Stickies mehr. Das ist natürlich auch sehr, äh, optimal. Komm mal her, Mädchen. Dich nehme ich jetzt mit in meine Hütte. Hihihi. Nein, Spaß, ich lege hier draußen hin. Ich will eigentlich nur den Kopf. Aber ist immer so, der macht immer erst die Beine, äh, die Arme, dann plötzlich die Beine. So, und jetzt machen wir denen mal ein bisschen Angst. So, Leutchens. Hier machen wir aber wieder ein bisschen Feuer rein und das hier zünden wir auch mal an und hauen da auch noch mal ein bisschen rein. Dann wird das auch mal ein bisschen heller hier. Da hinten rennt auf jeden Fall einer mit der Taschenlampe. Das ist ganz, ganz beschissen, weil die sind stark. Da issen wir uns doch erstmal was und versuchen mal zu schlafen. Vielleicht sind sie ja dann weg. Und wir konnten tatsächlich durchschlafen. Und es sind auch keine Eingeborenen mehr zu sehen. Ich habe ihn tatsächlich erwischt. Ich habe es versucht. Ich gebe es wirklich zu. Ich hatte auch gehofft, dass ich eine kriege. Aber, ähm, dass ich eine wirklich kriege, hätte ich nicht mit gerechnet. So, du kommst auch mal hier hin. Ähm, weil ich will natürlich noch ein FFG bauen. Und zwar mit Armen. Also wissen wir Bescheid. Wir müssen immer mindestens 10 Stickys dabei haben. Wenn wir diese Fallen wirklich ausrichten oder beziehungsweise aufstellen, dann müssen wir auch so viel Zeug dabei haben, um sie am Leben zu erhalten. Was natürlich, äh, sehr interessant ist. Beziehungsweise auch, äh, irgendwie auch realistisch, ne? Weil, wenn ihr jetzt mal so überlegt, eine Falle hält ja nicht ewig, ne? Das ist ja nun mal eine Tatsache. Ähm, gut. Ich sag jetzt mal ganz, ganz ehrlich, äh, wenn ich eine Falle bauen würde und die würde irgendwann kaputt gehen, würde ich mich wahrscheinlich auch fragen, hä, wieso geht denn die kaputt? Die ist doch gerade erst mal fünfmal angewiesen. Ne, ist klar. Äh, dass die Falle natürlich irgendwann auch mal kaputt gehen kann, ist ja ganz logisch. Oh. Ein Stein. Wir haben einen Stein gefangen. Juhu. Das war bestimmt ein Hasenstein. Da drin ist nix. Ja, wir brauchen selbst dafür für diese Fallen jedes Mal wieder eine neue, äh, Sticky. Aber okay, das ist, äh, gar nicht so unrealistisch, ne? So, wir haben jetzt unseren Bär-Sack. Das heißt, wir können jetzt mal hier so langsam die Bären wirklich alle pflücken. Haben dann auch ein bisschen immer auf Vorrat dabei. Was natürlich sehr gut ist. Denn... Es kann ja auch mal sein, dass wir den ganzen Tag nix finden an Essen, Trinken, etc. Ich muss aufpassen. Bei dieser Falle, da bin ich damals schon immer reingerannt. Das hat mich schon immer geärgert. So, jetzt muss ich mal ein bisschen rumgehen, gucken. Irgendwo waren hier doch noch blaue Büsche, oder... Also Blaubeeren. Ja, mach mal das, äh, Feuerzehr aus, Nexus. Hier ist nichts. Irgendwo waren hier doch noch welche. Oder bin ich jetzt blöd? Oder hab ich die schon alle abgefressen? Naja, ist ja auch nicht ganz so wichtig jetzt, ne? Also, wir wollten ja eigentlich einen Garten hinbauen. Naja, waren wir ja noch zu Gange. Äh, da bis ich dann verbrannt bin. Bauen aber erst nochmal ein Effigy hier hin. Und zwar... Schön hier. So, brauchen wir jetzt natürlich noch ein paar Arme für. Das ist ja sowas von überhaupt kein Problem. Ich wollte grad sagen, gib mir den Arm her. Bein nehme ich auch gerne. Achso, nützt mir gar nichts, wenn ich Bein nehme. Gut. Dann komm du mal her. Leg ich dich mal nach hier hin. So. Schön von hinten oben. Achso, mehr können wir gar nicht nehmen. Aber der Kopf rollt auch schon wieder weg. Ja gut, dann müssen wir natürlich noch einen, äh, sogar tatsächlich finden. Den wir dann unboxen können. Beziehungsweise liegt hier nicht noch irgendwo einer rum, so? Lungert hier nicht noch irgendwo einer? Na klar, da. Das ist ja wunderbar, wir brauchen noch zwei Arme und genau diese zwei Arme haben wir hier gefunden. Zack. Zack, zack. Und wenn wir gerade schon mal dabei sind, werden wir weitere Effigies bauen. Nehme ich hier noch einen hin. Wo ist der Kopf hingerollt? Der hatte doch einen Kopf verloren, oder nicht? Ja. Da ist er. Ne. Da ist er. Wollte ich gerade sagen. Achja, da können wir ja so viele Köpfe dran machen, wie wir wollen. Können da natürlich auch ein Bein dran machen. So. Ach nein. Inventar. Kopf. So, machen wir hier hin. Das ist schon geil, also muss man ganz ehrlich sagen, ey, Leute. Das hat schon was. Man kann selbst gebaute Effigies hinsetzen. So, lassen wir jetzt ein bisschen nach da hingucken, dass die auch direkt sehen. Äh. Okay, mit dem ist nicht zu scherzen, mit diesem Nachbarn. So. Tschüssikowski. Leiche. Wir halten unser Lager natürlich sauber, das heißt wir packen die jetzt auch alle weg. Denn, äh, wir wissen ja, es gibt Fliegen hier und diese Fliegen, äh, sind laut, beziehungsweise gut, jetzt waren sie nicht ganz so laut, aber, ähm, ich möchte trotzdem keinen so Ungeziefer hier bei mir in meiner Base haben. Ungeziefer, äh, in dem Sinne Nacktfuß-Indianer. Wir können auch noch, äh, ganz viel Zeug gleich bauen, fällt mir gerade so ein. Ja, komm, die nehme ich noch mit. So, da liegt auch nur noch der Körper. Also der Torsor. Tschüssikowski Torsor. Hier ist unser Leichen, äh, Leichen- oder Massengrab, äh, Massengrab, genau, Massengrab nennen wir es mal. So, du komm auch mit. Und dann ist unsere Base auch schon wieder aufgeräumt und sauber. Für den nächsten Besuch, würde ich mal so sagen, oder auch formulieren, ähm, jetzt müssen wir natürlich noch gucken, dass wir jetzt mal endlich hier ein Beet hinkriegen. Ach, Leute. Ich sag's euch. Ähm, das müsste ja bei Food sein, genau. Äh, ich würde auch sagen, dass wir das Beet so hier hin bauen. Das ist dann zwar direkt vor der Tür, aber das finde ich gar nicht so schlimm. So, sofort erstmal Samen reingesetzt. Und dann vielleicht auch direkt daneben noch eins, weil ich will so zwei so, äh, Dinger sind schon ganz gut. Finde ich, ist angemessen. Ah, jetzt habe ich aber wahrscheinlich keine, ähm, ich hatte doch noch eine umgehauen hier, ne? Liegen hier vielleicht noch irgendwo ein paar. Sieht jetzt gerade nicht so aus. Also muss ich jetzt wirklich nochmal welche? Ja, scheint so. Ja, muss ich. Gut. Ist jetzt auch nicht so das, äh, Dramatischste hier nochmal eben kurz einen Baum umzuhauen. Wir brauchen immer noch Wasser. Es hat immer noch nicht geregnet. Es ist der dritte Tag mittlerweile und, äh, ja, das ist alles ein bisschen doof. Aber so ist das Leben halt, ne? Ja, und der fällt genau richtig, ist immer noch genauso wie früher auch. In die Richtung, wo man anfängt zu hacken und hinguckt, da fällt der auch wirklich zu 90 Prozent hin, sag ich mal. So, dann haben wir jetzt hier. Habe ich keine Samen mehr? Ah, ich habe keine Samen mehr. Ja, okay, dann ist das natürlich auch logisch. Ähm, wir haben eine Feder. Wo haben wir denn eine Feder? Ja. So, wir basteln uns auf jeden Fall schon mal einen Bogen. Dann werde ich jetzt mal losgehen. Es wäre cool. Ja, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass unsere Base hier vorne natürlich ein bisschen überfüllt ist. Ähm, war vielleicht doch nicht so klug, das da hinzubauen, aber, äh, das kann ich jetzt sowieso nicht mehr ändern. So, Stickholder. Äh, das ist vielleicht mal eine ganz, 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 ganz kluge Maßnahme. Ja. Ist doch bestimmt wegen dem Stein da. Äh, nochmal. Wir bauen einen Stickholder. Ein Stückchen drehen, so. Denn, dann können wir immer mal Sticks mitbringen. Beziehungsweise, äh, da auch lagern. Ich glaube, 30 Stück können da rein. Wenn ich mich nicht täusche. So, 30 Stickys, das ist ja dann schon mal wesentlich etwas. Wenn dann mal eine Falle kaputt geht, beziehungsweise wir mal gerade Stickys brauchen, haben wir immer direkt welche dabei. Und das ist natürlich dann eine ganz gute Option. Ähm, was haben wir? Zehn Stück genau, das ist doch wunderprächtig. Schon wieder so einen blöden Stein. Ähm, unsere Base sieht auf jeden Fall schon vom Weiten, äh, recht anschaulich, äh, anschaulich aus. Äh, der Effigy ist kaputt. Oh, ich dachte, der brennt die ganze Zeit. So, jetzt behauen wir die mal alle da rein. Ja gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, aber, äh, das können wir natürlich auch nicht ändern. Ist jetzt natürlich auch immer ein bisschen, äh, blöde, hier hin und her zu rennen. Aber, ähm, vorerst wird das gar nicht anders möglich sein. Ich will den Stock da haben, mein Gott, ey. So, haben wir schon wieder zehn? Nein, neun. Ja, so einen blöden Stein hier, ey, ich hasse diese Steine. Vielleicht sollte ich mir mal einen davon mit nach Hause nehmen und wenn dann mal so ein eingeborener kommt, schmeiße ich den mal vor den Kopf, mal gucken, was passiert. Das wäre wahrscheinlich auch ganz interessant, mal zu gucken, mal zu testen, was denn, was hat das mit diesen Steinen auf sich? Na, wofür braucht man die überhaupt? So, wir haben jetzt 15 Stück, glaube ich, da drinne. Wenn ich mich nicht verzählt habe, ich hole jetzt einfach nochmal zehn, um zu schauen wirklich, ob es denn was bringt. Also, beziehungsweise, wie viele da reingehen. Dann, wir haben jetzt, wie gesagt, 15. Das wäre dann natürlich 25. Und dann können wir nochmal vielleicht fünf reinpacken. Was natürlich ziemlich hilfreich wäre, wenn das so ist. Also, im Umkreis von 500 Metern gibt es, oh, da ist ein Reh. Im Umkreis von 500 Metern gibt es auf jeden Fall nachher keinen einzigen Sticky mehr. Wir müssen auf jeden Fall dringend was essen und auch was trinken. Ja, das Trinken, wenn das Trinken nicht wäre, dann wäre das Spiel eigentlich gar nicht mal so schlecht. Hahaha. Das war's. Wie viel haben wir jetzt noch im Winter? Fünf. Also sind es 20, die da reingehen. Ist auch ganz okay. Na, können wir beleben. So, erstmal was gegessen. Trinken geht leider nicht anders. Müssen wir wirklich unsere Soda noch nehmen. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt mal in den nächsten paar Tagen mal regnen wird. Weil wir brauchen auf jeden Fall dringend was zu trinken. Gut, dann würde ich doch einfach mal sagen, rennen wir mal hier fast in die Falle rein, um euch die mal zu zeigen. Ich wusste, ich renne da irgendwann rein. Ehrlich, ich wusste es. Selbst dafür braucht man ein Sticky. Daran seht ihr natürlich, für jede Falle braucht man mindestens einen Sticky hinzu. Ist natürlich auch nicht gerade so übel, dass man dafür jedes Mal was braucht. Ist ein bisschen realistischer auf jeden Fall. Okay. Das war's schon. Gut. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Es ist ja immer noch die gleiche Aufnahme-Session. Und ja, in der nächsten Folge hundertprozentig gehen wir ins Dorf rein. Das steht jetzt schon fest. Ich habe es euch jetzt zweimal versprochen. Ich muss es jetzt mal durchziehen. Und das werden wir gleich dann tun. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Beziehungsweise auch gerne einen Kommentar. Und wenn es euch so gut gefallen hat, dass ihr sagt, Nexus, ich will mehr sehen davon, dann lasst auch gerne ein Abo da. Dann seht ihr nämlich immer sofort, wenn ich was Neues hochlade. Und ja, ich bin dann erstmal raus, Leute. Ciao, euer Nexus.